Wir sind hier in Esslingen beim Industrieunternehmen alarmiert worden zu einem Gasalarm. Vorgefunden haben wir die Lage, dass die Feuerwehr bereits zwei Betroffene aus dem Gefahrenbereich gerettet hat. Die haben wir vor Ort vorgefunden. Einen davon haben wir in die Klinik transportiert und zweiter wurde hier vor Ort ambulant versorgt. Wir haben abgesichert die Feuerwehr, die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die waren unter Gasschutzanzug im Einsatz und zur Sicherheit unter den aktuellen wetterlichen Temperaturen, dass da eine Versorgung vor Ort gewährleistet ist. Wir waren insgesamt im Einsatz mit vier Fahrzeugen und insgesamt elf Personen. Hier waren wir vor Ort mit Rettungswagen, auch aus dem Ehrenamt und haben den Patienten entsprechend versorgt bzw. die Einsatzstelle für die Feuerwehr abgesichert. und das Ganze zu Parenten mit den Körbenten und der Körbenten. Nach der Körbenten des Körbenten des Körbenten. Und das ist die Feuerwehr durch das Körbenten. Auch in der Körbenten des Körbenten des Körbenten vom Körbenten. Musik 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 Musik